Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr die Wache der Wölfe finden könnt. Das ist ein gesuchten Gefallener von einem Petra-Venge-Beute-Zug aus dem Riff und der ist zu finden im Gebiet Campus 9 auf der Venus. Ich werde das an dieser Stelle jetzt ein bisschen beschleunigen, also ihr werdet hier jetzt im Schnelldurchlauf sehen, wie ihr zu diesem Gebiet kommt und wo sich die Gegner befinden. Falls ihr noch andere Gegner finden müsst, schaut doch mal in die Videos unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein paar Videos reingepackt, wo wir zusammengefasst haben, wo ihr die ganzen Gegner finden könnt. Die in den letzten Wochen von Petra-Venge gesucht worden sind. Ansonsten schaut doch auch mal bei Nexus vorbei, der hat das nicht in Videos zusammengefasst, sondern in einzelnen Videos. Das wird vielleicht ein bisschen hilfreicher sein. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, jetzt gibt es heute so schnell. Bis zum nächsten Mal.